Ich wollte nur sagen, auf dem Weg hierher habe ich diese tolle Zeitung bekommen, dieses Urban Life, mit unglaublich vielen tollen Bildern aus dieser wunderschönen Stadt. Und dann sah ich eine Gruppe von japanischen Touristen und Touristinnen, die haben wunderschöne Gebäude fotografiert, Bilder gemacht und sich das hier angeschaut. Und ich fand das super und ich hoffe, dass das in fünf Jahren auch noch so sein wird. Und in Donetsk zum Beispiel verschwinden solche schönen Gebäude jeden Tag mehr und mehr. Mein heutiges Thema ist allerdings etwas, und ich finde es ganz witzig, dass es hier häufig schon vor der Sprache kam. Es war nicht geplant, war das Thema die Presse. Ich möchte mit einem Zitat beginnen, das vielleicht manche schon kennen, aber manche vielleicht eben noch nicht und ich finde es aber gut.